Ach Leute, weiter geht's zur Super Mario Galaxy und ich hab beim... Oh, Mann, ey, ich hab bei der Boss Rush Welt die Münze vergessen. Naja, okay, sei's drum, hol ich mir die nochmal. Ich glaube, ich weiß auch, wo die ist, wenn man nicht so drauf achtet. So, wer bist du denn? Was willst du denn? Du bist jetzt neu. Ein grüner Luma. Die Grünsterne zu sammeln, das ist unsere wahre Bestimmung. Grünsterne? Die Legende, der Legende nach wird, wahre Größe demzuteil, der alle Sterne sammelt. Wie aufregend. Genau, wir haben jetzt den ersten Hinweis bekommen, Grünsterne, Leute. Oh ja, das wird nämlich das sein, was das Let's Play nochmal verlängern wird. Nimm diesen Bonus-Stern-Zwie-Stück. So, ich muss nochmal kurz einlagern. Oh Mann, ey. Also, jetzt kriegt man bestimmt nochmal so an die 100, wenn ich jetzt nochmal den Boss machen muss. Ja, denn an sich wird's farmen, die farmen, oder? Wir schauen mal, so. Ja, sorry, ich muss nochmal den Boss machen hier. Wo war die Münze? Ich glaube, ich weiß aber wo. Ja, hier Münzefeißen, toll. Ansonsten soweit alles komplett. So, was, würdest du wirklich 2000 haben? Alter, echt jetzt? 2000? Let's mal jetzt mal die Barrikade lösen, ist ja klar. So. Ja, 2000? Hab ich nicht. Oder Sack. So, nochmal. Ich glaube, die Münze ist nämlich genau unter diesen Octorok-Typen. Da kann ich, glaube ich, unter seinen Level durchlaufen. Oder rumlaufen, da müsste das denn sein. So, ja. Und dann machen wir hier noch den Komet, der wird ja bestimmt gleich auftauchen. Und dann haben wir noch mehr. So, ich koffe das ja so, weil auf die anderen Dinger haltet mich hier sehen. Na, guck mal, da unten kann man irgendwo hin, da unten. Ich geh da gleich mal gucken. Aber erstmal hier. So. Oh, oh. So, du dumm, dumm, dumm. Hm, hm, hm. La, 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 la. Ssh. Ssh. Okay. So, große Baby. Ye, 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 ye. Heu, Mann, ey, Roman. So. Alter, du hast mir die Sternteile ein. Weil ich die brauche. Bam, bam. Ich stehe einfach rum. So. Ha. Die Sternteile einfach nach dem Kampf einsäulen. Was los? So. So. Oh, was? Da, 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 da. Tschüss, Mann. So. Oh, komm, du lebst ja noch. Du lebst ja noch. Ganz. Vergessen. So. Oh, voll durch und durch. Vor allem, wenn er sich da umdreht zu seinem Schwanz. Als ob er selber so sich wundert von wegen, oh, ich wusste ja nicht, dass mein Schwanz so dehnbar ist. Aber okay. Und dann hier halt in die Fresse. So, egal, da unten ist er. Ich hab's schon gesehen. Wartet mal, da unten. Ich hab's ja gerade gesehen. Da. Ja, natürlich schön verpasst. Beim letzten Mal. Hab ich echt nicht dran gedacht. Ich war so geflasht aus. Oh mein Gott. Bosse aus Mario Galaxy 1. Da, 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 ist er hier. Krass, ey. Da waren die Entwickler aber kreativ. So ist er eigentlich gewesen. Ihr wisst schon. So. Erstmal besiege den und dann hole ich mir die. Die Münze. Ja, okay, Kumpel. Rotz hier mal rum. Flup. So. So. Abgeprallt. Wow. Irgendwie hab ich getroffen. Keine Ahnung wie. So, Sternteile. Tanzen hier auf der Lava rum. Oh, Sterne. Oh, Sterne. Oh Gott. Der war zu weit weg. So, freie Schussbahn. Oh, Sterne. Oh, nice. I'll die. Da wurde so. Ich habe ihn geballert. So. Okay, jetzt mal kurz nach unten. Ah. Kriegen wir so dann schon einen Megapilz. Ah, dann nice. So. Äh, Moment. Ja, okay, ich hab sie. Okay. Ach, doof. Hätte echt nicht sein müssen. Hätte ich nochmal machen können. Hätte ich beim ersten Mal holen können, aber... Naja. Freuen wir uns erstmal, dass wir einfach wieder noch... Äh, Sternteile sammeln können. Oh, die jetzt doppelt Energie haben. Oh, wer ist das? Hup. Ich geh mal gucken. So. Wann kann ich eigentlich nochmal... Ich muss vielleicht hier irgendwie Münzen raus... Sternteile rausholen. Vielleicht, wenn der Typ mich jagt. Lass ich ihm mal die ganzen Linger hier oben ballern. Oh, hey, was zum... Wow. Door. 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 Bubble. Wie sein Fell aussieht. So, dann komm mal her. So, du kannst die Dinger kaputt machen. Ja, sehr schön. So. Oh, mein Arsch. Ach man, seine ollen Dinger hier. Nein, nein, nein. Door, door. Du versierst dich nicht runter ins Erdreich nochmal. Oh, shit. Oh, Sternteile. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Bam. So, helf mir mal, Creepy. Oh, shit. Wow. Okay. Wow. Oh. Oh, nein. Ach. Okay, hier ist doch doof. Ich sollte nicht drauf achten, Sternteile zu sammeln. So, wo ist er denn? Da kommt ja die Eisenbahn. Oh, Mann. Wump. So, ach, don't happen. So. Alles klar. Oh, shit. Okay. So, das ist immer die olle Hand. Oh, Gott. Aber ich hätte man echt immer 100. Das ist ganz cool, aber... Nee. Wollen wir ja so nicht machen, ne? Nee, nee. Ach, da fehlen noch so viele, ey. Aber ich muss ja normal das machen, weil vielleicht wird ja der Komet auftauchen. Mal gucken, was die hier von mir wollen. Und dann kriegen wir nochmal einen Hunni und dann hält sich das ja in Grenzen mit dem Farmen. So. So. Ich bin zunge her hier und... Komm. Oh. So, geil. So, woher? Bams. Alter, voll getroffen. Oh, guck mal, ein Goldener mit Münze drin. Braucht man eine Münze? Braucht man keine Münze? Was ist mit dir, Mann? So. Oh, der Geist ist weg. So, da wissen wir ja hier. Du, 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 du. Oh, voll ein 3 geballert. So, Phase 1. Done. So, wird mit dem nur einmal treffen lassen. Das akzeptiert ja echt, wenn... Wenn der auch denn... Ein Checkpoint hier ist, an der selben Stelle. So. So, das war kompansch mal wieder, ey. So, dann werden wir echt wieder 100 zusammen. Es gibt ein Leben. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Schon wieder zweimal treffen. Und... Yeah. Oh, ich zerfalle. Falken Tranche. Daneben. Oh, Mann. Wie der kommt. Im Hintergrund voll so eine Sonne. Erstmal einfach so. So, komm her, kumpel. Bams, Mann. Das verschwindet leider mal der andere Geist. Okay. So. Nein, und? Alter, richtig. Vorbeigezwurgelt. Und voll getroffen. Okay. So. 100 Stück. Geil. Jo. So. Und höps. Einmal noch den hier und dann... Müssen wir dann nochmal machen, aber... Egal. Und dann müssen wir bloß noch sammeln für die letzte Galaxie, die wir dann freischalten, wo dann die letzten beiden Sterne sind. Die uns... Ähm... Boah, das war knapp. Die uns dann halt... Die 120 komplett machen. Wie... Ich sag immer, dass die für eine Welt nochmal war. Die wirklich letzte. Weiß ich gar nicht mehr. So. Oh, eins schnappt noch. Dam. Bam. Er rastet richtig aus, einer. Er sieht schon geil aus, oder? Er ist ein Feuer. So, jetzt haben wir deine Sternteile. Weee. Sternteile bleiben. Dam. Bam. Wo ist er? Da ist er. Er macht dir vor den Flames. Äh. Kuh. Du bist doch ein Feuer. Oh, das ist doch ein Feuer. Wille, eh. Ach, Mann. Ach so. Jetzt hätten wir einen hier geil treffen können. Oh, da ist er. Oh, Gott. Oh, wow. Du, 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 du. Ach, da ist er. So, und? Nein, daneben. Und ich bin wow nicht getroffen. Mann, schon wieder nicht. Ah. Oh. Okay, irgendwie durch das Feuer durchgetroffen. Ist egal. Nehme ich hin. Nehme ich doch gerne so. Ich akzeptiere das so. So. Stern habe ich schon. Ja. Aber nun habe ich auch die Münze. Und das ist der Unterschied. Äh. Okay. Yeah. Mann, war das cool. Nice. Ja, und jetzt nochmal. Dann habe ich, jetzt habe ich ja schon fast 2000, Leute. Dann können wir ruhig. Dann dauert die Farben auch nicht so lange. Vor allem nicht in der Welt. Dann lasse ich mich echt mal ein paar Mal abkratzen und so weiter. Ich kriege immer wieder ein neues Leben dazu. Und. Ja, dann wird das geil. Dann kriegen wir ganz schnell hin. So. Oh, kein Komet. Warum ist der Komet noch nicht da? Och, Mann. So, wie viel muss ich jetzt echt doch farben? Was soll das denn? Mann. So, und zwar knapp 500. Da kriegt man aber eigentlich hin. So. Warum ist jetzt hier kein Komet erschienen? Das ist voll gemein. Ich habe doch die Musik echt erst den Dicken da. Na, okay. So, ups. Nein. Nein, nein, nein. Weltkarte, bitte. So, wo war denn diese Welt mit dem... Wo war denn die Welt? Wo man da diese drollende Ding machen konnte? Warte mal hier. Ach, das war hier, ne? Ja. Da war das, das war dann so eine heime Teil. Ist ja... Ups. Oh, hallo. Das war doch das hier, ne? Wird dann die Sterne mal... Warte, ich gucke mir mal kurz meine Sterne an. Sternenlüste. Ach, ne, kann man ja gar nicht sehen, wie... Wie viele die hier waren. Warte, wann war das die? Na, zurück zu The Gameses. So, ich gucke mal schon, ob die war. Und ich glaube, das wollt ihr ja nicht sehen. Wie ich das hier farme. Ich zeige euch bloß mal kurz als Beispiel, wie ich das mache. Äh, wo ist denn das hier? Der Rollfelsen... Brösel... Genau. Brösel, Kiegelei, um den Highscore. War das das? Ne, das war das nicht. Äh, in... Ne, wo... Äh, äh... Das ist mir... Äh, Rolf... Der Rollfelsen des Asteroidengürtels. Ne. War das dit? Dit, 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 dit. Ich gucke mir eins los. Das ist schon die Welt, wo ich da so ernst dumm. Dit war doch eigentlich... Ui, dit war doch eigentlich so eine... Schwere Welt. Warte mal, wo ist denn der jetzt hier nochmal? Genau, doch, dit war dit hier. So, genau. Zack. Okay. Ah, ne, doch nicht. Hä? Kriege ich hier auch Sternenteile davon? Ne, wo war denn dit, wo man so richtig dumm langrollen musste? Du, oder sag, von dir kriegt doch hier nischt. Ich krieg nischt. Nee, das ist Quatsch. Hm, 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 hm. Sorry. Wo war denn dit nochmal? Ich dachte jetzt eigentlich, dass dit die hier wär. Aber irgendwo... Äh... Bam, 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 bam. Nee, da ja auch nicht. Nee, da auch nicht. Warte, hier? Hier könnte die Wesen sein. Ach, ne, Quatsch, hier war... Aber hier hat man auch Jutjelte gekriegt, ne? Oder war denn doch nochmal eins in einer anderen Welt? Wow. Wow. So, kurz nochmal schauen. Warte, hier, Mann. Warum stehen da echt keine Namen? Ne, dit hier war nur nochmal so ein Typen hier oben, umbumsen. You know? Äh. Könnte das hier gewesen sein? Nee, da war irgendwas... Nee, Komet war das aber auch nicht. Das war irgendwas hier heimelt. Äh. So, Leute, ich glaube, ich mache auch gleich den Schnitt, um nochmal zu gucken. Ähm, ne, da. Äh, Galaktische Erschuldigkeitsrekord. Ist das Titte? Ach, ne, achso, das ist mit diesen Tuko-Dingern da. Äh. Ja, Leute, okay, dann, äh, kurzer Schnitt. Ich muss mal in meinen Augen gucken, wo der da war. Meine Güte. Okay, ich bin im Bilde. Es war doch schon die richtige Galaxie. Bloß nicht der Geheimstern, sondern, ähm, halt echt, ähm, die eine Mission der Rollfelsen. Eines Asteroidengürtels. Ja, schön, wenn man immer so seine Aufnahme hat, wa? Zum Checken. So, ähm, genau. Das hier ist das. D-d-d-d-d. Dann gucken wir mal, wie schnell ich da farmen kann. Wenn das auch zu lange dauert, mache ich da auch nochmal einen Schnitt. Genau hier, richtig geil. So, hier konnte man aber echt viel holen. So. Bum, badam, bam. So, da ist es, alles klar. Hier ist dann schon gleich der Checkpoint. Hui. So. Uuuu. Okay, okay, weil vor allem immer wieder stirbt. Ich dachte, bleibt ja alle da halten. Das ist so geil. So. Ach, hier ist ja schon Rosalina. Genau, ey. Warum ist die eigentlich da? So. Na, kurz nochmal zeigen. Wie viel kriegt man dann da raus? Das ist auch für euch nochmal so eine Information. Vor allem, ey, Leute, ihr müsst fahren. Hier ist der beste Ort dafür. Man rollt hier einfach lang. Immer schön an den, äh, hoi. Ja, an den Dingern hier lang. So, die bringen alle immer schön was. Ihr wisst Bescheid. Yeah, yeah. Ja. Und am Ende natürlich nicht vergessen, einfach runterzufallen. So. Oh, bam. So. So, dann einfach mal hier. Schön Whisky, Alter. Wow. Okay, haps. Dum, dum, dum. Ram, bam, bam. So, jetzt kommt die Punkte her damit. Geil. Okay. So, 100. 100 Sternteile in einem so einem Durchgang. Ist das geil. Und deswegen, Leute, sehen wir uns hier wieder, wenn ich über 500 hab. Das wird lustig. Alles klar, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Welt auch noch abschließen muss. Aber das ging recht zackig, muss ich sagen. Also, ich hatte jetzt locker irgendwie, bff. Ach, 8, 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten hat er gedauert. Also, echt kein Problem. Und damit haben wir jetzt die nötigen Sternteile. Yeah. De-dam, ba-bam. Damit wir den Dicken mit seinen 2000 dann da abfrühstücken können. Oh, Mann. Okay, neuer Rekord. Cool. So. Also, ihr da so 6 Minuten hat es selbst gedauert. Das Rekord nicht schafft. Was will er jetzt für wieder? Achso, mach eine Pause. So, dann zeig uns nochmal jetzt schnell, wie der hier aussieht, ne? Wenn ich ihm jetzt bestimmt wieder ein 2000er vollmache, hat er bestimmt ein neues Accessoire. Was kriegt der denn so? De-dam. Ah, Leute, das ist echt, also, idealer Tipp. Macht diese Level immer wieder mit vielen Leben. Ihr kriegt auch immer wieder viele Leben dazu. Also, so, das sind ganz schön viele. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Äh, hast du doch nichts anderes mehr? Doch. Was, du Letze. Jemand könnte mir die, könnte mir die Sternteile stibitzen. Daher trage ich jetzt diesen Schild. Wäre ja nur nicht so schwer. Ach, ist ja geil. Guck mal, richtig so eine Garde. Okay, cool. Der wird für immer krasser. So, Leute, also ja, ihr braucht Sternteile zum Beispiel auch, um zu fahren, damit der Typ da lustig aussieht. Macht einfach die Galaxie, die ist echt cool. Und easy, so. Schau mal hin da. So. Alles klar. Du kommst mit an Bord. Wir haben Cash für dich. So. Oh, ein Gourmet-Luma. Der Letzte seiner Art. Ja, der wird jetzt schon eine Galaxy werden. So, dann gucken wir uns mal, ob die letzte Welt wirklich nochmal ist. Gleich schau ich dir den Innenstern noch da und dann... So, auch der Part wieder vorbei. Alter, da kommt jetzt... Alter, richtig viel. So, ich will die Note 2000 haben. Ganz genau. Und einer, perfekt. Okay. Und flupp, ist ja wieder so ein Armer-Schlucker. Okay. Okay. Ja, hallo Kumpel. Ist das so Sternteile? Ich will ja nur 20.000. Fressen. So, Leute. Was ist die letzte Galaxie für ein Planet? Äh, eine Galaxie im Planet. Genau. Was ist die letzte Galaxie? Wartet nochmal. Ich weiß es nicht. Eigentlich war er der Boss-Rush. War ja schon richtig crazy. Wunderbar. Ich bin so fett. Verwandeln. Oh, Mann. Da wird aber hoffentlich der Kometo gleich auftauchen. So. Wie sieht die denn aus? Okay. Egal. So, die machen wir noch. Gucken wir uns nochmal an. So, das ist die Schüttelschieber-Galaxie. Was ist das denn? Okay. Los, Leute. Die schaffen wir jetzt noch. Mit Münze natürlich inklusive. Wo ist der Boden? Schüttelpanik. Schüttelpanik. Der Boden, wo ist er? Oh, mein Gott. Okay. Es wird jetzt immer, wenn ich schüttel, dass ich das ändere. Ich hoffe. Nicht, dass das irgendwie mit Zeit ist. Wee. Boah, wie krass das aussieht. Voll cool. So. Das war so komisch wie eine halbe Röhre. Okay, die sagen schon, dass ich schütteln soll. Jupp. Alles klar. Du-du-du-du-du-du-du. Tschu-du-du-du-du. Geh, natürlich erstmal hier rein. Ne, die ohne kleine Bild da. Oh, achso. Oh. Ja, aber was denn da jetzt... Wenn da jetzt... Ihr wisst schon, was war die Münze. So, ist nicht cool, oder? So. Okay, das ist aber an sich, äh... Einfach, würde ich mal sagen. Okay, das ist nicht so geil. So. Juhu. Beim Schüttelpanik. Was soll denn das? Hups. Huh. So, hups. Hui. Ist doch voll leicht, Mann. Tschu. Tschu. Ja. Tschu. Okay. Oh Gott. Also, das sind so schöne Viecher, die einen zum Schütteln anregen sollen, ne? Ja, ja, ja. Wenn man schon eine Fehler macht. So. Oh, höre ich hier die Münze klimpern, oder ist das die fliegende Fieder? Münze? Nix, Münze. Okay, wartet. Hups. Gibt mir das besser? Kosche Propeller-Ding, was willst du? Probus ab. So, hui. Da, da, boom. Hups. Du hast aber an sich einfach zu verstehen, oder? Ist doch voll die easy, easy-Quest hier, Mann. Warte, du warte, Musik hier, Musik, äh... Echt so? Ha? Oh Gott, nein, nicht so. Was machst du denn? Mario, long jump und... Hup. Jawohl. So. Ach, du Scheiße, Stacheln. Okay. Hups. Hup. So. Und hui. Und nochmal, hui. So. Okay. Oh, das ist natürlich auch wieder richtig schön tricky. So. 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 Checkpoint. So, wo ist die Münze, Leute? Wo ist die? Bum, 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 bum. Oh. Geil. Aua. Na, komm her. Klop. Münze her. Danke. So, okay, Musik, äh, scheinen, einfach durch, Wazen. Warte mal, wenn hier schon irgendwie, ich verleite, wer die Hupen... Ah, da oben ist die Münze. Sehr schön. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Oh Gott. Ah. Aua. Aua, 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 aua. Okay, halt. Oh, ne, die Leute, da muss ich einfach nur zurücklaufen, glaube ich. Oh, nein. Ah. Mann. Ist okay, was geht? Nein, das ist nicht okay. Hä? Nein, das ist auch nicht okay. Oh Gott. Äh, wie soll ich an die Münze rankommen? Hallo? Verdammt. Ich muss irgendwie von oben rufjumpen. So, okay. Warte, jetzt sind die Roten draußen, alles klar. Oh Gott. Okay, Moment. Hä? Oh, alles klar, super. Hui. So, muss nicht schütteln. Ich hab die Münze. So, okay, dann ist er hier hoffentlich jetzt. Alles klar. Oh, ich darf nicht schütteln. Hä? Außer hier. Ah. Oh, um Gottes Willen. Hups. Hups. So. Okay. Okay, Leute. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Sternhäle mitnehmen. Hups. Hups. Alter, wie krass. Oh Gott. Kann ich jetzt drauf stehen? Nein, kann ich nicht. Okay, wo soll ich denn da hin? Wo soll ich denn da hin going? Hups. 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 So. Hups. Voll geil. So was liebe ich, ey. Das ist schon echt. Das ist geil, oder? So, eine wunderschöne Galaxy. War jetzt an sich nicht schwer. Yeah. Komm her, Mann. Und jetzt sind es bloß noch zwei Kometensterne und dann... Yes. Yes. Und dann ist doch richtig schön... Das Spiel. Dann sind die 120... Ähm... ...normalen Powersterne eingesammelt. Aber was ist das mit den... Was ist das mit den grünen Sternen auf sich hat? Tja, Leute. Das erfahren wir noch. Yeah. So. Es gibt 48 Kometenmünzen. Wir haben jetzt alle. So. Taucht natürlich erst mal der Komet hier auf. Tada. So, kann doch gleich der bei der anderen auftauchen. Nö. Okay, muss ich erst das schaffen. Aber das schafft wir jetzt nicht mehr, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mit dem fahren wir echt übelst easy. Na, Tübi. Wie ist das? Ich hätte bestimmt bis 9999 oder sowas. Keine Ahnung, wie er denn aussieht. Naja. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Part von Super Mario Galaxy. Und ciao.